Berlin live. Willkommen zurück zu Berlin live. Am Mikrofon ist Armin Siebert. Teilen statt besitzen. Eine eigentlich alte Idee wird zum neuen Trend. Von Wohnungen über Autos oder Hochzeitskleider bis hin zum Rasenmäher. Alles kann man teilen. Wozu muss man denn auch alles besitzen? Vor allem Dinge, die man nicht unbedingt täglich benötigt. Dieser ursprüngliche Nachbarschaftsgedanke wird jetzt in Zeiten des Konsumüberflusses wieder aktuell. Es gibt sogar schon einen wirtschaftlichen Begriff dafür. Collaborative Economy. Was man darunter versteht, frage ich jetzt unseren Studiogast Thomas Dönnebrink. Hallo Herr Dönnebrink. Schönen guten Tag. Herr Dönnebrink, als ich unserem Chefredakteur heute Morgen das Thema meines heutigen Interviews verkündete, hatte er eigentlich zwei Fragezeichen im Gesicht. Also gebe ich das mal weiter. Was versteht man unter Collaborative Economy? Ja, also wir verstehen unter Collaborative Economy vor allem vier Bereiche. Das ist zum einen der kollaborative Konsum, also das Teilen oder das Nutz, gemeinsame Nutz oder sequentielle Nutzen von bestimmten Dingen, des tätigen Gebrauchs oder auch Dienstleistungen, Wissen und so weiter. Oder kollaborative Produktion und auch die kollaborative Finanzierung. Vielleicht zwei Bereiche, die in Zukunft vielleicht noch viel interessanter und auch viel disruptiver für die gegenwärtige Wirtschaft sein werden. Und wir haben einen vierten Bereich, da fassen wir verschiedene Bereiche zusammen im Sinne der Offenheit, also Open Knowledge, Open Access, Open Software, Open Hardware, auch sowas wie Open Governance. Ah ja, ich hatte in erster Linie an den Konsum gedacht. Auf den will ich auch zuerst eingehen. Sie beteiligen sich selbst ja als WeShare NetConnector. Nochmal kurz dazu, was darf man darunter verstehen? Ja, WeShare ist ein Netzwerk von Enthusiasten, interessierten Leuten, entstanden in Paris vor etwa zweieinhalb Jahren, die sich halt angefangen mit dem kollaborativen Konsum auseinandergesetzt haben, das erforscht haben. Und mittlerweile gibt es interessierte Leute in der ganzen Welt oder in ganz Europa und Leute, die halt etwas aktiver sind, nennen wir halt Konnektoren. Das hat aber, wie gesagt, da wir keine hierarchisch organisierte Struktur haben, ist es einfach nur ein verschiedenes Level des Involvements. Es gibt ja Menschen, die sammeln Dinge. Das ist ihr Ein und Alles. Andere leben quasi schon nur noch mit dem Laptop und besitzen freiwillig so gut wie nichts mehr. Was sind das für Menschen, die gerne teilen? Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich, weil einerseits Leute, die gerne teilen, weil sie einfach Freude daran haben, Sachen abzugeben oder sinnlos finden, einfach Dinge nur rumstehen zu haben. Andere Leute teilen auch gerne, weil sie viel Rückmeldung dazu bekommen, weil die Reputation steigt, weil sie einfach aus ökologischen Gründen denken und das auch richtig ist, dass man Dinge besser nutzen sollte, weil jede Art von Verschwendung, die Sache einfach nur rumstehen zu lassen oder zu viel produziert werden müssen. Das sind halt so verschiedene Motivationsgründe. Und inwieweit stimmt die Behauptung aus meiner Ammoderation, dass Teilen als neuer Trend auch eine Reaktion auf den Konsumüberfluss ist? Oder anders gefragt, teilen eher arme oder eher reiche Menschen? Also momentan ist es eher so die reicheren bzw. die Mittelschicht, weil es dort bekannter ist. Es geht auch sehr viel über das Internet. In anderen Schichten ist es noch gar nicht so bekannt. Und was auch vielleicht ganz wichtig ist, eine Voraussetzung fürs Teilen ist letztendlich das Vertrauen. Und das ist in bestimmten Schichten, die sich vielleicht auch schon bessere Erfahrungen gemacht hat, auch eher möglich, als vielleicht in anderen Bereichen, wo man noch sehr viel Misstrauen hat. Es gibt dann natürlich auch Unterschiede zwischen Ländern oder Regionen. Und das Teilen ist somit also auch eine Antwort auf die Wegwerfgesellschaft und auch ein Weg hin zu mehr Nachhaltigkeit sozusagen, weil Dinge mehrmals benutzt werden oder öfter benutzt werden. Ja, das ist oftmals für viele der Menschen, die daran teilnehmen, nicht unbedingt die erste Motivationsgrund. Aber es ist auf jeden Fall einer der Motivationsgründe für viele auch an erster Stelle. Und es hat natürlich auch diese Wirkung, diese einsparende Wirkung. Teilen scheint ja somit auch eine, also scheint auf den ersten Blick fast kommunistisch zu sein. Steckt dahinter auch ein Konzept, also ein philosophischer oder ein altruistischer Ansatz? Ja, ich glaube letztendlich Teilen. Teilen bedeutet ja vor allem auch in Kommunikation zu treten mit anderen Menschen. Und das ist an sich schon ein Wert an sich. So wie beim Nachbarn früher ja auch. Genau. Heute, wenn ich einfach nur Geld rausziehen kann, irgendwas kaufe oder mit Kreditkarte bestellen oder so, findet gar kein Kontakt zwischen Menschen oftmals mehr statt und das dehumanisiert. Die Erfordernis mit anderen Menschen zu teilen, also mit denen in Kommunikation zu treten, mit denen Sachen auszutauschen, hat schon wieder diesen verbindenden Aspekt. Und das ist vielleicht auch das, was unserer Gesellschaft, unserer Zeit gerade fehlt. Ich meine, es macht ja auch wirklich Sinn, also wenn ich an meine Bibliothek denke oder an meine CD-Sammlung oder meinetwegen auch an mein Snowboard, was ich zwei Wochen im Jahr nutze, macht das Sinn. Aber man hat ja eine gewisse Scheu im Kopf. Sie sagten vorhin, Vertrauen, also eben Dinge zu verborgen, auch gerade wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also meinen Sie, es bedarf ja auch einer Werteverschiebung im Kopf? Ja, einerseits ja und das findet auch statt. Ich glaube, bestimmte Menschen haben die Sorge gar nicht mehr, weil sie einfach die Erfahrung gemacht haben, wenn man Sachen verleiht unter bestimmten Aspekten, unter bestimmten Voraussetzungen, auch die Enttäuschung kommt gar nicht so oft, wie man vermutet. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann ist man auch viel eher bereit, das öfters zu tun. Und deswegen ist einerseits das Vertrauen eine Voraussetzung fürs Teilen, andererseits ist es aber auch ein Ergebnis des Teilens, weil man oftmals nämlich herausfindet, ja, ich kann auch anderen Menschen vertrauen. Und Sie beschäftigen sich ja mit diesem Thema. Unterscheiden Sie da zwischen Teilen ohne Entgelt und Teilen für Geld? Ja, also jetzt nicht bewusst. Also uns interessiert die gesamte Bandbreite. Wir versuchen das auch relativ wertneutral erstmal zu sehen. Aber oftmals sind die Motivationen dann andere. Es gibt halt Plattformen, die machen das gegen Geld, andere ohne Geld. Die einen haben dann mehr den Ressourcen-Aspekt, andere machen das vielleicht rein, weil man sieht, oh, damit kann man sehr viel Geld verdienen, weil das auch ein Vogue ist. Andere haben dann die, die das unentgeltlich machen. Da steht dann meistens der soziale oder ökologische Aspekt im Vordergrund. Also so wie auf der einen Seite Airbnb, auf der anderen Seite Couchsurfing. Ja, zum Beispiel da ist halt ein Bereich, da Couchsurfing steht mehr das Soziale im Vordergrund. Und bei Airbnb spielt halt auch die Geld-Einsparen- oder Geldverdienen-Komponente eine Rolle. Wie sieht es in der Praxis aus? Also jetzt wollen wir mal ganz viele Beispiele hören. Was kann man alles teilen und wie organisiert man das am einfachsten? Also ich hatte gerade schon Airbnb erwähnt und Couchsurfing mit Fahrgelegenheit oder Carsharing oder eben ganz ohne Geld Couchsurfing. Was gibt es alles für Modelle? Was ist schon sehr verbreitet und erfolgreich? Also theoretisch kann man fast alles teilen. Es gibt natürlich bestimmte Bereiche, die sind sehr erfolgreich, weil es da auch eine Monetisierung dabei ist. Wie gesagt, angesprochen, Airbnb. Wohnungen und Autos zu teilen, sind hochwertige Güter. Da wird viel Geld bewegt. Deswegen gibt es auch Möglichkeiten für Plattformen. Das meiste passiert über Plattformen, Internet. Möglichkeiten über einen bestimmten Prozentanteil auch wirklich Geld zu machen und auch zu verdienen. Also auch auf ökonomisch nachhaltige Fundament zu stellen. Während andere kleinpreisigere, sage ich mal, Güter, das etwas schwieriger ist, aber deswegen nicht unmöglich. Das findet auch statt. Und wie gesagt, generell, es gibt zigtausende von Plattformen mittlerweile auf der ganzen Welt, die alle möglichen Aspekte des Teilens oder von Gütern oder auch Dienstleistungen, es handelt sich hier nicht immer nur um materielle Dinge, das man teilen kann. Aber macht es nicht Sinn, diesen Teilungsgedanken vor allem regional zu organisieren? Ich meine, wenn ich mir was borge von jemandem, aber er muss es mir aus den USA schicken, dann ist das auch wieder so aufwendig, dass es auch wieder den Sinn nicht erfüllt, oder? Richtig. Das ist auch ganz klar. Also wenn es diese Tauschmodelle sind, die bedeuten, dass man das durch die ganze Republik schickt oder noch weiter hin und her, dann ist dieser ökologische Vorteil, den wir natürlich auch gerade sehen und auch wünschen, natürlich verloren. Aber ich nehme an, das Internet war das schon der entscheidende Push gewesen in diese Richtung. Also man kann das einfach besser organisieren, strukturieren und auch mittels Apps mobiler gestalten, oder? Ja, genau. Das ist jetzt ein großer Push. Das ist einer der großen Treiber. Einerseits das Internet und auch noch extremer das Mobil und die sozialen Netzwerke, weil die erbringen praktisch, dass der Austausch, die Transaktionskosten sehr gering sind und der Austausch damit viel einfacher zu organisieren ist und sich somit auch lohnt. Wer sind die Vorreiter beim Teilen? Welche Länder? Welche Städte? Also als Städte werden vor allem immer Seoul genannt als die Sharing City. Ansonsten ist natürlich auf seine eigene Wart San Francisco auch groß dabei. Ich versuche das hier in Berlin etwas bekannt, das war Sharing City Berlin. Aber ansonsten in anderen Ländern, in Frankreich, in Spanien, tut sich da auch sehr viel. Zum Teil auch in Lateinamerika. Was ist mit der Industrie? Also sind die darauf angesprungen? Werden da irgendwelche Untersuchungen finden da statt? Arbeiten? Arbeitet die Industrie mit Ihnen zusammen? Wird Ihre Expertise gefragt? In anderen Ländern? Ja. In Deutschland fängt das jetzt gerade erst an. Wie gesagt, wir hinken da so ein bisschen hin und her, hinterher. Ansonsten die Industrie, also ein klassisches Beispiel sind die Automobilhersteller. Die sind jetzt eigentlich auch mit aufgesprungen. Also die größeren Automobilhersteller, Mercedes, BMW, die haben selber schon verschiedene Carsharing-Programme. Andere hängen da noch ein bisschen hinterher. In anderen Industrien jetzt, vielleicht wie bei der Hotelindustrie oder sowas, da ist eher so Widerstand zu spüren. Das gibt es unterschiedliche Reaktionen. Immer wenn eine neue Innovation kommt, es gibt verschiedene Möglichkeiten darauf zu reagieren. Entweder man negiert es einfach, es gibt es nicht, oder man versucht es zu bekämpfen, oder man versucht einfach mitzumachen. Da gibt es auch unterschiedliche Formen in der bisherigen Ökonomie. Ja, weil wenn man das jetzt mal banal denkt, dann wird ja beim Teilen automatisch weniger verkauft. Also ist es nur logisch, dass sich entsprechend die Industrie dagegen wehrt. Wie eben die Hotellobby gegen private Wohnungsvermietung oder den Banken gefällt dieses P2P-Money-Sharing. Gefällt es Ihnen nicht natürlich, also wenn ein Mensch einem anderen einen Privatkredit gibt und damit der Job von der Bank erfüllt wird. Also warum sehen Sie trotzdem das Teilen als Wirtschaftszweig mit Potenzial? Es heißt, ich meine, es ist jetzt die Frage, was Sie wollen. Natürlich wird das die Wirtschaft verändern. Da ist jetzt erstmal, das ist natürlich, die Wirtschaft verändert sich andauernd. Es ist die Frage, ob eine Wirtschaft nur auf Kauf und Verkauf aufgebaut sein muss. Und das ist ja gerade eine Sache, die ich denke, die wir verändern müssen, weil wir nicht immer mehr produzieren und immer mehr wegschmeißen können, sondern wir müssen andere Wirtschaftsformen entwickeln, die einfach nachhaltiger sind. Und da ist die Share Economy, wie ich finde, eine gute Brücke von einer alten Wirtschafts- oder Gesellschaftsform hin zu einer neuen. Was ist mit den Kommunen, mit der Stadt? Gibt es da Interesse an solchen Modellen? Oder ist es bisher wirklich nur ein bisschen Industrie und sonst Privatpersonen? Ja, also in verschiedenen anderen Regionen ist schon viel mehr. In Deutschland noch nicht ganz so sehr, aber ich denke, es ist gerade sehr groß im Interesse der Lokalen. Was könnte man da tun? Also als Stadt, wie kann man diese Idee nutzen? Ja, also gucken, verschiedenste Arten von Plattformen zu gründen, um den Austausch zu organisieren. Wie gesagt, Carsharing ist jetzt ein Beispiel, aber auch andere Formen, um Bedürfnisse ihrer Bürger zu befriedigen. Das kann man heute wahrscheinlich wesentlich besser und effizienter und ökologischer organisieren, als über diese alte privatwirtschaftliche Kaufen, Verkaufen, Wegschmeißen. Ein interessanter Ansatz ist auch das Teilen im Bildungsbereich. Wie funktioniert das? Ja, also zum Beispiel, was auch sehr stark im Kommen sind, sind die sogenannten MOOCs, diese Massive Open Online Kurses, wo über Plattformen Wissen eingestellt werden kann und einem ganz großen Zuhörerschaft zugänglich gemacht werden kann. Dadurch kann natürlich mit einer Vorlesung zum Beispiel eine viel höhere Zuhörerschaft erreicht werden, vielleicht genau die gleiche Qualität oder vielleicht sogar noch bessere Qualität, weil man halt mehr Leute erreicht. Und das ist natürlich auch eine Form des Teilens, beziehungsweise Studenten können untereinander über die Plattform vielleicht direkt auch mehr Wissen austauschen, teilen, sich gegenseitig helfen. Da gibt es auch, glaube ich, im Bildungsbereich, das wird so der nächste Branche sein, wo in den nächsten Jahrzehnten sicher sehr viel noch mehr passieren wird als bisher. Aber wird es nicht immer schwieriger werden, Geld zu verdienen dann mit so einem Ansatz, dass tendenziell alles kostenlos wird? Ja, es ist die Frage, wenn alles kostenlos ist, wofür braucht man noch Geld? Ja, nur provokativ gesagt. Also es ist ja, die Geld ist die Masse, die Summe des Geldes hat ja keinen Wert an sich, sondern es ist ja die Frage, was kann ich dafür an meinen Bedürfnissen befriedigen. Und wenn ich Bedürfnisse auf eine andere Art und Weise befriedigen kann, ohne über Geld, dann ist es substituiert in diesem Falle. Aber man lebt genauso gut oder vielleicht sogar noch besser als vorher. Hoffentlich erleben wir das noch. Gehört eigentlich Crowdfunding auch in diesen Bereich? Also wenn man quasi Geld einsammelt für ein bestimmtes Projekt? Ja, es ist auch eine alternative Form der Finanzierung, die halt dezentral organisiert ist von verschiedenen Subjekten. Und dadurch ist es natürlich auch ein Substitut für Banken. In welchem Bereich, denken Sie, wird sich das Teilen am ehesten durchsetzen? Sie hatten Autos erwähnt, Wohnungen erwähnt. Welche Trends sind noch abzusehen? Also alles, was mit Raum zu tun hat. Das ist, wie gesagt, die eigene Wohnung, die eigene Garage, die eigene Werkstatt. Und vielleicht Landsharing ist auch sehr stark gekommen, Urban Gardening, solche Bereiche. Aber auch alle Formen von Produkten letztendlich. Wie gesagt, das Auto ist halt das, was am meisten hervorsticht, am einfachsten ersichtlich und auch hochpreisig ist. Aber im Grunde alle möglichen Dinge des täglichen Lebens. Eine unheimlich faszinierende und spannende Vision, die zu Teilen auch schon Realität ist. Bei uns zu Gast war Thomas Dönnebring, ein WeShare-Net-Connector. Können Sie gerne mal nachschauen. Also ein Experte zur Kultur und Wirtschaft des Teilens. Herr Dönnebring, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Und alles Gute. Sie hören Stimme Russlands und hier geht es weiter mit Nachrichten.